Das hier ist eine Soundaufnahme des Xiaomi Mi 9 und das ist eine Soundaufnahme des OnePlus 7. Das hier ist eine Soundaufnahme des Xiaomi Mi 10. Das hier ist eine Soundaufnahme des Xiaomi Mi 10. Das hier ist wieder eine Soundaufnahme vom Xiaomi Mi 9. Und das ist eine Soundaufnahme vom OnePlus 7. Das hier ist eine Soundaufnahme des Xiaomi Mi 10. Und hier gibt es dann abschließend noch einmal ein Video von der Frontkamera. Beide Smartphones nehmen hier nur mit Full-HD-Auflösung auf, was aber im Allgemeinen auch genug ist. Auffällig ist, dass das OnePlus 7 sehr nah an das Gesicht heranzoomt, während das Xiaomi Mi 9 die Videos nicht stabilisieren kann. Das war's. Teilt uns gerne in den Kommentaren mit, welches der beiden Smartphones euch besser gefallen hat. Ciao.